hallo und herzlich willkommen zurück zum spiel eu ja ich habe meine gute laune wieder bin allerdings heute etwas müde ich hoffe dass es aber trotzdem funktionieren wird was ich mir vorgenommen habe dabei würde ich gerne einen kleinen gruß an linie schicken auf diesen wege und zwar ist das die tochter von einem der entwickler vielen grüße an dich ich werde versuchen extra für dich hier weiter zu kommen damit wir dann auch den rest noch sehen können und natürlich auch für euch alle alle anderen kann man das so sagen ich weiß es nicht also für alle anderen werde ich es auch versuchen ich habe mir ja glaube ich in der letzten folge schon diese schild besorgt mittlerweile habe ich mir jetzt einen schweren sperr besorgt und den habe ich auch ich glaube das kann man hier am besten sehen den habe ich auch komplett aufgelevelt ich hoffe inständig dass der mir weiterhelfen wird ja ich habe sehr sehr große panik ich gehe trotzdem schon mal ins level rein ja los geht's ich weiß gar nicht mehr doch mit der taste kann ich blocken okay oh gott oh gott oh gott falsche taste falsche taste so bin ich gerade im belegen war das jetzt hier doch das war hier okay es geht aber eigentlich noch im moment mit der geschwindigkeit mal schauen wie das dann unten aussieht ich habe jetzt wohl die routine gerade gar nicht mehr oh da kommt der nächste ich habe wohl die routine jetzt gar nicht mehr drin ich muss mich erst mal wieder so ein bisschen einstellen hier hier war es unser sicheres ende auf jeden fall wenn ich drücke wenn ich falsch drücke nicht über mich drüber ich habe doch ach so doch ich habe kann ich habe auf die batterieanzeige geguckt ich bin so nein ich habe gedacht boah geil ist jetzt super gut gelaufen du hast nur dein halbes leben runter ich habe total vergessen dass das die batterieanzeige war auch man aber es lief auf jeden fall irgendwie schon besser glaube ich oder ich bin mir nicht mehr so sicher was heißt sicher also ich habe ein bisschen probleme damit die richtigen tasten zu drücken wenn ich ehrlich bin weil ich jetzt hier alles so ein bisschen länger nicht mehr gemacht habe weil ich gebe zu ich bin einer der faulen sorte gewesen ich habe mir die punkte über das menü erfahrt nicht über das level dementsprechend habe ich jetzt ganz viel erfahrung mit dem level aber ich muss mich erst mal wieder zurecht finden mit dem mit den tasten drücken und dem springen und so wo kommt er denn jetzt schon wieder her so nicht nicht mit mir nein ach so da darf ich ja nicht drauf es ist heute nicht mein tag was das betrifft ich habe es total vergessen ich gebe zu ich dachte irgendwie das wenn und ich weiß nicht warum keine ahnung mann 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 da fällt mir auf die dinge da unten habe ich irgendwie die ganze zeit gar nicht so beachtet hilfe also heute ist es irgendwie heute ist ein bisschen der wurm drin in sachen tasten drücken jetzt ist der schlüssel weg nein wenn ich das jetzt schaffen und ich den schlüssel jetzt nicht kriege da bin ich so sauer so einmal weiter der kommt ja hoffentlich nicht mehr drunter da oben so der ist ja noch da es tut mir leid aber ich muss hier gerade hallo hallo wieso habe ich das schild nicht mehr das schild hilfe nein spring schild es ist durch es ist durch jetzt lass mich bitte nicht sterben jetzt lass mich bitte nein ich scheiße ich muss die batterie aber eigentlich haben ich will jetzt ja fähnchen ja 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 ich habe ein fähnchen oh mein gott wer den immer auch noch mit kommen oh mein gott ja toll das habe ich jetzt super gemacht dann so dieser perverse regenbogen im hintergrund ne so nach dem motto gerade ist alles so blöd gewesen also so so ganz viele gegner und dann auf einmal kommt so ein regenbogen im hintergrund boah nein nein boah ich könnt euch ehrlich boah das schmeißen wir jetzt mal runter hier so man wenn ich das nochmal machen muss ey ich ich raste aus ich raste wirklich aus wenn ich das alles nochmal machen muss obwohl ich zugeben muss dass ich es jetzt am ende gar nicht so schlecht gemacht habe denke ich hoffe ich also behaupte ich jetzt mal einfach oh gott ich darf nicht reden am besten das wäre glaube ich in meinem fall besser warum wird es so dunkel hallo ich muss jetzt hier ich muss jetzt hier da oben ist die falle so ich triggere euch jetzt so lange bis ihr hier runter kommt einmal zweimal dreimal viermal ihr könnt mich mal ha so ähm ne ich bin mir grad nicht sicher wo wir da auskommen so so für mich ist das jetzt richtig richtig abartig dass ich hier grad nichts sehen kann mit den ganzen blitzen und so eieieiei so warum ist der so so kurz angebunden ich hatte gerade schon Panik dass hier bei dem grünen auch noch irgendwas ist aber zum Glück nicht ja habe ich es doch gewusst dass hier wieder mit allen mit mit einer ganzen brigade hier kommt ha wusste ich es doch oh da ist nichts das das brauche ich nicht achso jetzt bitte nein nein nicht schon wieder nicht schon wieder nein oh ihr könnt mich doch mal nein oh oh komm noch zehn sekunden sechs fünf vier drei zwei eins aha wieso kommen die nicht hier rüber so nicht so du auch doch war da oben denn irgendwas ne ne ich hoffe keine falle dazwischen oder so sonst raste ich hier wirklich aus oh Gott müssen wir jetzt da unten noch rum ähm ich bin mir grad nicht sicher aua 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 was war das da hat mich irgendwas oh fähnchen fähnchen da unten hat mich gerade irgendwas kaputt gemacht was war das der igel kann das doch nicht gewesen sein oder nein nein wolke komm nicht auf mich zu wo hab ich den jetzt hier ne oh Gott ich bin ja gerade ich muss jetzt aufpassen wo ich hinlaufe oh wenn ich das mache und da verkacke ne ich will erstmal ich will erstmal hier oh Gott oh äh igel voraus ja ich ich sehe es irgendwie man wie war das da kann man so oh Gott na komm komm so nein oh oh ich wollte die eigentlich zusammenschieben aber die kommen in so einen blöden Rhythmus gerade uh so könnt mich mal so achso kann ich gar nicht durchlaufen sag das doch oh Gott oh Gott da ist was so 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 kann das Löffel jetzt bitte zu Ende sein nein nein warum war da ne Falle das ist gemein vor allem jetzt sehe ich nichts mehr jetzt ist es so dunkel äh oh Gott äh ja da da so oh nein jetzt kein Blitzlichtgewitter ich sehe hier doch auch so schon nichts so 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 kommt alle her wieso hüpft der so jetzt bin ich tatsächlich sehr skeptisch bei allem was ich sehe wo grün ist also nach der Aktion jetzt gerade da sind Blätter da ist bestimmt auch eine Falle drunter oh Gott oh Gott hab ich das jetzt eingesammelt ich glaube ja oder oh Gott kann ich mich da achso hier unten ist noch was ah aha okay ja das 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 ging jetzt genauso wie ich gedacht habe oh Gott nein 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 aber die kommen wenigstens nicht von oben oder so ne nein in dem Moment wo ich loslaufe dein Ernst nein oh pfff wenn ich jetzt schon mehr als zwei Igel sehe dann kriege ich grad schon die Krise ähm 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 okay ja 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 mein Herz oh Gott oh Gott wieso hab ich den Schlüssel den Schlüssel hatte ich doch jetzt beim zweiten Mal gar nicht mehr oder ich weiß es nicht ist mir jetzt auch sowas von egal ich hab's geschafft oh Gott oh Gott ich kann gar nicht mehr drücken ich stehe hier schon total neben mir ja okay wenn ich jetzt wüsste ob das jetzt so gut ist diese Waffe im nächsten Teil zu nehmen ich hab keine Ahnung da ist wieder dieses H oben drin von HH das ist kein gutes Vorzeichen oh Gott nein oh 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 was war das oh ich sag ja das ist kein gutes Vorzeichen so und jetzt muss ich wieder zurück wahrscheinlich ne oh die Frage ist nur aber da drüber darf ich laufen oder oh nein oh ja es fängt wirklich gut an mit einem Leben am Ende also am Anfang nicht am Ende achso da bin ich runter ja das war so klar mhm mhm das können wir auch bedroht nochmal neu machen ich befürchte das wird dann das nächste Level werden wo ich dann kaputt drangehe und nicht mehr weiterkomme oh Gott ähm so Moment also ich geh mal stark davon aus die muss man machen hier die Frage ist nur geht dann unten was was sich verändert aber nach unten kommen wir ja nicht mehr oder nein ist das jetzt dein Ernst dass ich ständig da durchrutsche bleibst du jetzt so jetzt guck ich erstmal da kommt keiner runter das heißt ich müsste auf jeden Fall warten nein nein oh pfff das geht auch okay okay machen wir es so Hilfe ähm ähm so na schräg rechts ah ja da ist ne okay nein 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 dich habe ich gesehen oh Gott oh Gott oh Gott was Ameisen ich meine die sehen geil aus ähm ähm aber ich oh ich dachte ich kann da drauf springen ah oh aber die sind noch sehr schnell boah äh okay okay oh 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 Okay. Ich würde gerne da runter, aber da komme ich wahrscheinlich nie wieder hoch, oder? Naja, eigentlich müsste ich mit Doppelsprung wieder da hochkommen. Ich hoffe. Wenn das Ding jetzt nicht gerade in dem Moment da runterfährt. Ja, okay. So. Ich habe das Fähnchen gesehen. Ja, ja. Das machen wir erstmal, bevor wir jetzt da hochgehen. Ich bin mir nicht sicher. Ich denke mal, nach rechts geht man weiter, oder? Nach oben wird man vielleicht noch irgendwie... Ah, ja. Einen Bonus bekommen. Okay. Das hört sich nicht gut an. Äh. Kann ich gar nicht weiter. Okay. Dann nicht. Dann müssen wir unten rum. Wobei das sehr, sehr extrem ist hier. Aua. Aua, aua. Jetzt fliegt mir hier auch noch so eine Minifliege im Gesicht rum. Das ist nicht gut. So. Oh. 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 Aua. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ähm. Ich überlege mir das nochmal, ob das nicht vielleicht doch mein Hassspiel werden wird. Oder sowas. Oh ne. Das kriege ich nicht mehr. Oh Gott. Oh. 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 Was man oben drauf steht. Aber das ist gerade für mich die sichere Variante. So. Den kriege ich eh nicht. Aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt egal. So. Ich muss immer aufpassen, dass da nicht noch irgendwas kommt. Nee. Hoch. Nein. So. Ja. Wie läuft der denn da hoch? Das sah ja mal geil aus mit der Nase voll da rein. So. Oh. Ihr wollt nicht. Nein. Boah ey. Da unten ist was. Ah ja. Okay. Ich weiß gar nicht was das ist ehrlich gesagt. Ein Fähnchen. 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 Oh mein Gott. So und jetzt. Jetzt muss ich wieder nach links oder was. Aber ich komme da wieder hoch. Ich muss mal eben. Boah. Also das war jetzt gerade. Es tut mir leid für die kleine Unterbrechung. Aber mir wäre die Fliege fast ins Auge geflogen. Dann habe ich danach geklatscht. Geistesgegenwärtig. Hab die Hände auseinander genommen. Und dann ist mir die Fliege, die zwischen meinen beiden Händen waren, wieder weggeflogen. Der hat sich einfach totgestellt. Also ich weiß auch nicht was das gerade gewesen ist. Ich soll nach links. Aber ich kann hier unten bestimmt noch irgendwas holen oder so oder? Das sieht mir jetzt aber sehr gefährlich gerade aus irgendwie. Was ist das? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe wieder vergessen was das ist. Aber ja. Auf jeden Fall kriege ich da noch was. Das ist gut. Okay. So. Fähnchen ist oben. Wo soll ich hin? Ach so. Oben diese grünen Dinger sind jetzt wahrscheinlich weg. Oh. Nein. Nein. Brrrr. Ich sage ja. Irgendwann kriege ich mal wirklich einen Herzinfarkt bei dem Spiel. Oh. So. Ja. Genau. Spring nicht. Aber besser du springst nicht, als wenn du da drin landest. Das ist schon okay. So. Haben nicht hier die Dinger? Oder war das auf der linken Seite? Ich weiß gerade nicht. Er hat doch jetzt links. Oh. 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 Dadurch sehe ich jetzt wahrscheinlich auch nicht, dass ich irgendwo hin muss. Nach unten oder so. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wo ich lang muss. Ich meine, die Pfeiler haben jetzt nur nach links gezeigt. weg. Nein. Also nach unten auf jeden Fall nicht. Das war der falsche Weg. Okay. Ich würde nur gerne das Ganze hier... Jetzt sind die Pfeile weg. Achso. Nee. Moment. Ich muss nochmal drücken. Ich würde nur ehrlich gesagt gerne das Ganze in dieser Folge noch beenden. Und wir haben ja jetzt schon unser relativ Maximum bekommen. Habe ich das jetzt? Nee. Das habe ich jetzt nur einmal genommen. Oder hat der es jetzt gerade nochmal geöffnet? Das hat jetzt genau in dem Moment geblitzt. Also meine Zeit wäre fast vorbei, aber ich würde es trotzdem gerne noch beenden. Ich würde gerne wissen, worum ich jetzt muss. So. Das ist soweit klar. Aber hier glaube ich nicht, dass ich dann nach rechts rüber springen soll, oder? Hatten wir hier links auch nochmal Pfeile? Ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, da hatten wir gar keine Pfeile mehr, ne? Doch, da ist noch ein Pfeil. Das Problem ist nur, dass ich halt, wie gesagt, nicht weiß, wo ich letztendlich hin muss. Ich glaube nicht, dass ich jetzt wieder komplett bis zum Anfang soll. Hm. Uhuhu. Okay. Ich könnte jetzt versuchen, da auch wieder zurück zu gehen. Oh. Oh. Okay. Oh. Die Frage ist, ist das gewollt? Ich gehe jetzt hier komplett wieder den ganzen Weg zurück. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt richtig ist. Ich denke eher nicht, aber... Hm. Das war doch der Anfang hier, oder? Ach, der Anfang. Hier war das mit dem Grün. Ja, klar. Oder? Oder habe ich das jetzt falsch im Kopf? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja! Ich habe es geschafft. Ja! Ja, 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 ja. Oh Gott. Ich habe einen Denkfehler gehabt. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dieses Grüne wäre irgendwo in der Mitte gewesen. Wenn man zu lange an einem Level hängt, dann... Ja, weiß man irgendwann gar nicht mehr, was wo war. Also erstmal aufschließen. Ganz, ganz wichtig. Ähm. Was ist das? Das ist ein Gürtel, den wir bekommen haben, oder wie? Hm? Ist der jetzt bei den Player-Attributen drin? Oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin etwas verwirrt jetzt. Okay. Aber... Sehr geil. Wir haben es zumindest geschafft, dass wir dann in der nächsten Folge Level 19 austesten können. Ich bin sehr, sehr froh darüber. Und ich würde sagen, ich mache mal schnell einen Cut, damit die Folge nicht zu lange wird. Und auch in der Hoffnung, dass meine Aufnahme jetzt wieder funktioniert. Weil wenn ich das nochmal machen muss, dann habe ich echt ein Problem. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.